Hausboot-Urlaub. Hallo Wasserliebhaber und Abenteurer. Willkommen bei Rollyboot, Ihrem verlässlichen Partner für einen unvergesslichen Hausboot-Urlaub. Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf, umgeben von sanften Wellen und Ihr erster Blick fällt auf eine atemberaubende, unberührte Natur. Bei uns wird dieser Traum Wirklichkeit. Als passionierte Hausboot-Hersteller bieten wir Ihnen nicht nur die Möglichkeit, Ihr eigenes Schwimmen des Zuhauses zu erwerben, sondern laden Sie auch ein, in der idyllischen Ruhe des Wassers zu verweilen und unsere Hausboote zu mieten. Entdecken Sie verborgene Buchten, erleben Sie unvergessliche Sonnenuntergänge und spüren Sie die Freiheit, Ihren Kurs selbst zu bestimmen. Kommen Sie jetzt an Bord für einen Hausboot-Urlaub mit Rollyboot und erleben Sie die Magie des Lebens auf dem Wasser. Übrigens, es ist nicht erforderlich, dass Sie im Besitz eines Bootsführerscheins sind. Bei uns erhalten Sie eine eingehende Schulung und dann können Sie ganz entspannt als Kapitän in See stechen. Die Kontaktmöglichkeiten zu uns finden Sie unterhalb des Videos in der Beschreibung. Hausboot-Urlaub. Untertitelung des ZDF für funk, 2017